Hallo, hier ist Ronja und wir spielen wieder Scribble It, nicht Scribble Yo, wir spielen das Team-Spiel. Oh, bevor ich's vergesse, wir haben für dieses Video auch noch ein Gewinnspiel von, äh, von diesem Spiel quasi. Ich hab dem Entwickler geschrieben, dass ich das Spiel ganz cool fand und er meinte, er kann mir gerne ein paar Keys zur Verfügung stellen. Deswegen können 10 Leute von euch den Key gewinnen. Die Sachen, die ihr machen müsst, damit ihr teilen könnt, sag ich am Ende vom Video und genau, viel Spaß! Zusammen mit Tops und dem lieben Uchini war, weil wir, ähm, vielleicht kein Lust hatten, zu zweit zu spielen, weil das mega lame ist, zu zweit Scribble zu spielen. Ja, da haben wir einfach so den einen gefragt, der sowieso die ganze Zeit online ist. Ja, genau, genau. Letztes Mal wurde ich angepöbelt von wegen, ey Ronja, warum sagst du das Wortlaut? Die einzige andere Person, die das Wort kannte, war Tops und die hat's gemalt, also, I don't know. Ich spiel heute einen anderen Modus und zwar heißt es Guess It, okay? Und nicht Scribble It. Da malen alle, warte mal. Achso, warte mal. Ich bin hier gerade ein bisschen überfragt. Ich bin auch gerade überfragt. Jeder sucht sich ein Wort aus, wir malen alle gleichzeitig und am Ende raten wir alle gleichzeitig, so wie ich das verstehe. Hä? Ich hab das Wort... Hast du zu spät ausgegeben? Ich hab ein anderes ausgesucht, ich weiß nicht, wie ich das schreiben soll. Das ist Scamming. Oh oh, oh oh. Ich hab ein furchtbares Wort. Ich glaub nicht, dass ich das gut darstellen kann, um ganz ehrlich zu sein. Perspektivisches Zeichnen war noch nie meine Stärke. Äh, warte mal, ich brauch hier Farbe, sonst wird das gar nichts. Ich bin hier eine Farbeileber. Ah, jetzt ist alles braun! Grün da rein. Okay, ist es nicht schlimm? Und da rein. Ist jetzt schon fertig, Ronja, hatte ich erschrocken. Ich bin erschrocken. Warte, was? Ja, das da redet man nicht, ne? Das ist, ich bin noch nicht mehr so weit gekommen. Was, was soll das sein? Soll das Stühle sein? Das sind Stühle tatsächlich. Warte, wieso haben wir so wenig Zeit? Irgendwie die Zeit ging so schnell rum. Kann man nicht die Zeit einstellen? Doch, aber ich hab gedacht, das ist lang genug. Das war quasi ähnlich lange wie sonst immer. Ey, was ist denn PL? Ja, das ist eine gute Frage. Das war das Co-Pilot. Ups. Co-Pi... Wow. Das sollte ein Flugzeug werden. Oh, ich hab das jetzt schief mit schlechter... Oh, ich hab das gleichgekriegt. Oh nein. Äh... Hast du keine Erdbeere? Doch. Was? Hä? 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 Was ist das? Ja. Wieso fängt das mit N an? Hä? Hä? Es war unmöglich, das fertig zu zeichnen in der Zeit. Ich weiß nicht, dass einfach alleine schon das Wort so zeichnen ist, ist schon schwierig. Was ist das für ein Wort? Ja, warum? Klasse. Hast du dich da zeichnet? Wow, Alter. Darfst du das hier gezeichnet? Oh. Ja. Ist ein Land. Warte, nö, woher kennst du die... Woher kennst du die Flagge? Hä? Ich hab keine Ahnung. Nee. Ich kannte die nicht, ich muss die googeln. Hä? Ich schaff keine Ahnung. Klar kennt man die. Nein. Ja, vielleicht, wenn man sich gut in Biologie auskennt, aber... Hä? Das ist nicht Biologie. Hm. Ich schaff keine Ahnung. Aber ich find's schön, dass Topps literally als einziger hingekriegt hat, was fertig zu malen. Ja, also... Aber jetzt wissen wir Bescheid, dass wir es sehr, sehr gut... Ja. Alter, die Soundeffekte sind sehr laut bei mir. Warte kurz. Oh Gott, was sind das für Wörter? Das wird furchtbar. Ah, du Kacke. Ah, du Kacke. Ich hab jetzt sogar Zeit übrig, weil ich gar nicht mehr weiß, was ich machen soll. Weil ich so fertig bin damit. Oh nein, ich konnt's nicht... Was sind das doch für Wörter? Okay, das ist nice. Das krieg ich hin. Ich cache hier Punkte ab, Leute. Eine Uhr. Ich hab 1890 Punkte schon. Du hast 70 Stunden, oder was willst du machen mit deiner Uhr? Ah, nee, warte. Ich bin überlegen. Ich bin... Ich komm grad nicht... Ich komm grad nicht aufs... Ist voll komisch, wenn die Uhr einfach nicht weitergeht, ne? Als 70 und danach... Hey, warte, nein. Da fängt ein neuer Tag an. Was denkst du denn? Jetzt musst du es... Ich muss das überlegen. Okay, der cache ich wieder ein mit den Punkten. Es läuft. Die Soundeffekte sind immer noch super laut. Was ist das denn? Was ist das? Was ist... Was ist... Also, sag mir so, es ist ein Ofen. Ich hätte jetzt auch Ofen getrieben. Nee, es gibt so bestimmte Art von Ofen. Und sie sehen so aus. Das ist ein sauerhäßblächer Ofen. Ja, wenn du erstmal googeln musst, wie das Wort heißt. Ja, das ist halt generell ein Problem. Weißt du, ich konnte ein Deich mit D machen. Und dann konnte ich Ton tauchen. Aber das ist doch keine Kachel. Das ist doch ein Ofen. Ja, wie soll ich denn einen Kachelofen machen? Das hab ich gemacht. Ich hab... Das ist typischerweise in, ähm... So... Oben im Norden zu finden. Ähm... Ja! Tops, du kriegst es hin. Ja. Tops, du kriegst es hin. In sechs Sekunden. Fünf. Vier. Ja! Okay. Nordlichter. Ich hab mal noch, Mensch. Ah, Nordlichter. Okay, ja. Ja, okay. Das war... Okay. Oh, oh, das ist easy. Das ist easy. Das ist easy. Das ist easy. Ich hab was. Ich hab was. Meins auch. Ich hab auch was. Nice. Läuft. So, das kommt da rein. Das ist ja ein Träumchen hier. Da kann ich ja richtig mich künstlerisch austoben jetzt noch in der ganzen Zeit, die ich hab. Es läuft. Bei mir. Es läuft bei die E. Hinter Hops. So. Ähm. Nein. Ich glaub, das sieht jetzt aus wie ein anderes Tier. Hä? Er ratet's. Er ratet's. Er ratet's. Hauptsache, du hast wieder mich. Nein. Ja. 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 Deutschkenner. Wir haben uns den... Oh! Äh. Nein. Ach! Lol. Easy. Oh, da hast du einen Punkt. Ich find, das ist besser gemacht vom Rating, weil der, der's gemalt hat, wenn's gut erraten wird, kriegt auch viele Punkte. Bei normalem Skribble... Oh, gut. Hahaha. Schneller. ich war schneller ich hole auf ich bin on the rising ja du bist du bist über mir okay das kannst du mir nicht erzählen pyramiden von gizy gab es gab als ich habe einfach mal alle wörter reingemacht die es gab ja das wird hier voll schön ich hoffe ihr erkennt das auch sonst wäre ich voll traurig ich glaube ich muss das betonen mit das ganz genau besuch gewusst wird dass das ist das ist das ist das ist das ist nicht ente ich weiß nicht nur ich anfangen ich mach ein gleichzeitig mal bitte es ist wirklich furchtbar ich war wieder erst so wenn ja wirklich langsam ich hab trotzdem Ja, Punkt 1, du warst vor dir. 1 Punkt, ja. Ah, Tops, da war ich vor dir, ne? Kalender? Weißt du nicht, wie man Kalender schreibt? Doch. Hä? Ah, ich weiß, was er weiß. Es ist nur ein A drin, Tops, im Kalender. Ich weiß. Hm? Warte. Ah, warte, sind wir jetzt 2? Äh, bin ich doof? 2L? Kal? Ah, sorry, das war das Kalender. Ähm, ne, einfach meins. Okay, ähm. Uh, das kann ich gut machen. Ich hoffe, ich krieg das ordentlich gemalt. Wir spielen Anatomie 101. Ey, jetzt hab ich ja relativ viel Zeit, das ist ja unnormal. So, nachdem ich das jetzt erstmal fertig hab, male ich meinem Typ noch Krabbenhände. Okay. Einfach aus Spaß. Okay. Ich mach einfach noch ein Männchen, das lächelt. So, ich mach hier alles. Oh Gott, das mach ich. Wunderhübsch, äh, jetzt kriegt er noch Haare. Sieht jetzt nicht so gut aus mit den Haaren, aber ist okay, ist nicht so schlimm. Ähm. Ich hoffe, man erkennt das trotzdem. Ich hab noch ein kleines Männchen dazu gemalt. Das ist schön, Tabs. Äh, 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 äh. Ne, nicht Nabel. Äh. Was gehört noch zu dem Wort? Oh, mesi. Ja, ich wusste es. Egal, Tabs, du hast nur 20 Punkte mehr gekriegt als ich gerade. Noch führe ich. Noch führe ich. Sei ruhig. Sei ruhig. Sei ruhig. Das ist richtig gut ge... War das keine Butter? Ne, ne. Ich wollte dich gerade richtig loben, weil das auch auf der einen Seite so dunkel ist, gell? Das Wichtigste hab ich noch nicht gemerkt gekriegt. Hat noch sehr Wichtiges gefehlt. Hä? Wieso? Ich wollte das gerade bauen. Bauen malen, ja. Das ist so ne schöne Butter. Ich war so ein Mensch. Alter. Mad Props für die Butter. Tufts, kriegst das hin. Nein. Hey, warte, was war's denn? Seife? Seife? Ich hab Stufe geschrieben und er sagt Close. Der sagt Close. Ich dachte mir so, wie schreibt man eine Stufe? Alter, das kleine Männchen. Wieso? Was ist das? Was ist das benutzt? Ist das ne Gabel? Ich hab so viele Sachen, die ich einfach als Klammer nehmen kann. Das benutzt man in der Landwirtschaft. Ja, eine Heugabel. Ne, was gibt's denn noch? Um die Kacke. Miska. Miska. Ja, schreib's richtig. Aber auch Ronja, diese Aufforderung. Ja, schreib's richtig. Schreib's richtig. Schreib's richtig. Schreib's richtig. Ne, ich mach's jetzt extra falsch. Ne, ne, ne. Ich hab's. Ich hab ein gutes Wort. Wie soll man den Katalysator wahlen? Wie? Wie soll das aussehen? Mal doch eifelsisch. Immer beschwerend. Mann, immer so negativ, ne. Ich wünsch, es gäbe irgendeine Funktion, die dir erlaubt, das ganze spiegelverkehrt nochmal zu malen quasi. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Weil meine sind ziemlich asymmetrisch, meine Bilder. Meine auch. Ja, ist nicht so cool. Wir kennen ja nicht anders von dir, ne. Soll das denn jetzt hier heißen? Äh. Ja, ich weigere die Aussage. Es geht bei mir nicht um das Land. Nicht. Nicht. Ausnahmsweise nicht. Oh, nein. Es geht um das. Das wollte ich nicht. Das geht mir jetzt zu schnell vorbei. Das ist böse. Ähm. Kacke. Ähm. Du hast immer diese Ausdrucksweise bei dir, gell? Das find ich voll schade. Oh, nein. Oh, nein. Mein Bild ist wirklich schmuck. Was ist das denn? Ähm. Kennen wir da Rahmen? Äh. Das ist... Das ist der Schrei. Alter Tops. Ne, was denn? Was? Oh, mhm. Easy. Oh, Hunja. Also. Also. Ja. Hunja. Mann, hab ich wenig Punkte gekriegt dafür. Aber ich bin noch erster. Noch alles easy. Das ist einfach. Ne. Ich. Nicht das Land. Tops. Ich sag nicht das Land. Ich schreib noch drunter. Nicht das Land. Kanada. Da steht aber drauf. Nie. Nicht Land. Kann ich nicht lesen. Kann ich nicht lesen. Also. Na? Also. Tops noch führig. Ganz ruhig. Ne. Nicht da, 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 da. Da drin kann man leben. Ach so. Los, Kraftwagen. Hä? Hä? Ist kein Wohnmobil? Anderes. Damit du einen anderen Wort fimmst. Was? Ein Wohnanhänger. Nein. Was ist das? Mann. Endlich. Ich konnte es nicht schnell genug zeichnen. Ich wusste nicht, wie ich anfangen soll. Ich finde es schön, dass du die Funktion nutzt, wo man Kästen und sowas malen kann. Ja. Gott, das ist ja furchtbar. Was ist denn ein Siegelring? Hä? Ein Siegelring ist, wo du so, äh, machst du Siegelwachs drauf und dann machst du das auf Briefe. Weißt du, was ich meine? Ja. So. Jetzt müssen wir hier ein bisschen artistisch werden, gell? Jetzt sieht es so traurig aus. Das war nicht Sinn und Zweck der Sache. Meins sollte gut sein. Oh. Oh. Oh, easy. Ähm. Mir gefällt nicht, dass Tops die ganzen Punkte einsnackt. Es sind keine 100 Unterschiede mehr. Oh, okay. Jetzt kriege ich aber noch ein, zwei Punkte mehr. Okay. Nee. Ja, doch. Also. Nee. Ich weiß es. Das ist halt immer jedes Mal wieder schön. Also so. Jetzt bist du wirklich? Nö. Hä? Wieso? Oh Gott. Ich hab mich vertippt. Oh Gott. Ich hab mich vertippt. Das wär gut gemacht worden, ja. Ein Fluss. Ein Fluss. Fluss. Fluss ist ein Fischchen. Oh. 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 Oh ja. Hier, komm. Wieder ein schönes Gesicht. Äh. Äh. Warte. Achso. Ich bin... Hä? Hä? Es steht dran, also ich hab Flagge eingegeben und das müsste es sein. Warte mal. Hä? Ist es nicht Italien? Es ist die italienische Flagge, oder? Bin ich gerade so... Nein, die italienische Flagge ist andersrum. Hä? Was ist denn das dann? Spanien? Gute Frage. Ist es Spanien? Ungarn? Ja. Also, Ungarn sieht nicht so aus. Keine Ahnung. Hä? Doch. Ja? Alter, was sind denn das für Wörter? Sri Lanka. Ja, danke für nichts. Okay. So, das ist ja ein Brett. Okay, das... Ich mach jetzt hier wirklich was Schönes und ich hoffe, ihr könnt es auch wirklich wertschätzen. Danke. So. Äh, nein, nein, nein. Ich möchte es doch hübsch malen. Ich möchte es doch nur hübsch malen. Echt? Ja. Nein! Seit wann das denn? Aber wie soll man das denn... Wie soll ich das denn... Okay. In der Zeit ist es echt fies, ne? Das kann man erraten. Ist ein langes Wort. Nee, Tops. Nee. Was denn? Nee. Ist so ganz offensichtlich. Ist das ja mal keine Regenwolke. Hä, klar. Ja, schon. Nee, es geht nicht um die Wolke. Ja, das wollte ich auch. Ähm... Bitte, bitte erraten's. Hä? Was? Zu langes Wort. Okay, wenn es jetzt irgendwas einfaches ist... Niederschlag! Du hättest so'n Typen machen müssen, der einen anderen niedergeschlagen hat. Dann hätte ich eher verstanden. Ronja, schätze dich nicht. Achso, Leute. Ich war grad so verwirrt. Hä? Ich hab das gar nicht gesehen, irgendwie. Hä? Es ist weder Maus noch Zeiger. Und Mauszeiger kann's nicht sein. Hä? Englisch. Wieso Englisch? Oh, Leute! Wieso Englisch? Stopp! Weil das Wort auf Englisch ist. Wieso? Du warst mal Programmierstudentin. Das heißt Informatikstudentin. Ja, Programmierstudentin zeig ich doch. Cursor? Oh. Null Punkte. Top 600 Punkte. Oh. Ich führe noch. Ich führe noch. Das ist sau irreführend, gell? Warum malst du mehrere, wenn es das Einzahlen ist? Au. Nee, nicht so geschrieben. Gab's ein... Ja... Einzahl. Einzahl. Ein... Buntstift. Das ist Einzahl. Ja, das ist Einzahl. Mal. Ich muss aber richtig machen. Nicht mit D. Bunt. 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 Okay. Ja. Vielleicht. Das kann es ja auch sein. Einzahl. 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 Oh, Gott. Das ist schon wieder... Was ist denn ein Komoren? Was ist... Was ist Hagia Sophia? Was ist Hagia Sophia? Was ist Hagia Sophia? Das ist Komoren. Mal. Gott, das ist ja furchtbar hier. Das sieht irgendwie nicht gut aus. Es sieht einfach nicht gut aus. Ich bin auch ganz ehrlich hier. Ah, Rückzug! Wieso ist das nicht gelb? 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 Oh, oh. Weil... Das Spiel hatte keine Lust mehr. Du musst das Gelb DLC kaufen. Ich wollte nicht. Ah... Tja. Ah... Oh, nee! Das ist schrecklich. Meins auch. Oh, Gott. Alter, 14 Buchstaben. Äh... Hä? Wieso ist das kein Koordinatensystem? Warum habe ich das links durchgestrichen? Warum ist das kein Koordinatensystem? Äh... Ist doch ganz offensichtlich ein Koordin... Hä? Ja. Hä? Warum würdest du dieses Wort jemals auswählen? Weil die anderen noch schlimmer waren. Noch schlimmer als dieses 14 Buchstäbige Monstro. Zweidimensional? Wow. Ich finde es schön, wie der zweidimensional steht. Ja, stimmt. Da ist auch nur ein Schreifehler. Was ist das denn? Das ist eine ganz berühmte Statue. Äh... Ja, okay. Drei S. Ja, okay. Drei S? Hä? Zwei S. Freiheit... Statt. Hä? Komm, das kann man erraten. Danke, Tops. Ach nee, nicht Tops! Oh, nee! Ey! Ronja, ich... Ich will gewinnen, Ronja. Ich will gewinnen. Ne, ich mag nicht. Ne, ich mag nicht. Ich will einfach mal gewinnen. Ne, gewinn mal nicht. Aber eben... Aber eben will gewinnen. Aber gewinn mal nicht. Oh, bitte, Ronja. Ach, ich rufe gleich die. Gut gemacht. Gut hast du das Wort Polizei erraten. Ja. Ohne Tippfehler direkt. Stell dir vor. Ich bin stolz. Ach Gott, nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Bullerwagen! Bullerwagen! Das geht so schief. Es ist so ein furchtbares Wort und ich werde es niemals gemalt kriegen. Ja. Gott, wie soll ich das denn malen? Oh Gott, das ist ja schräglich. Hier machen wir mal einen... Ah, nein! Nein, nein, nein! Komm wieder zurück! Komm wieder zurück! So, ist egal. Oh! Ich hab' gehofft, man kann es halbwegs erkennen. Meins erkennt man nicht. Was ist das? Meins auch nicht. Was ist das? Das ist das? Was ist das? Ja. Was ist denn das? Phase. Ne. Was ist denn das? Es ist die Aktion. Die Aktion von was? Was soll das denn sein? Warte, ich zeig mal die Aktion. Hä? Ja, das wäre schon gut. What? Bitte was? Ich gebe... Man kann keinen Daumen runter geben! Es ist gut. Thumbs up, bitte. Anfassen. Das ist... Das ist ein Fuß. Du kannst auch mit dem Fuß anfassen. Ja. Hey, was ist das? Was ist das? Das erkennt man. Genau so schlimm. Das erkennt man. Ganz klar. Moderne Kunst nennt man das. Das benutzen Biologen. Wasserpumpe, Näh-Tops. Stell dir links davon Mensch vor und auf der braunen Platte ein Versuchsobjekt. Oh ja, easy. Habe ich es auch schon gerne erraten. Bin stolz auf mich. Ich finde es schön. Guck mal, meins ist einfach geheilt. Ich bin 300 Punkte hinter. Eine vor. Noch. Meins kann man bei McDonalds kriegen, aber das ist das Grundprodukt davon. Das ist Kacke-Tops. Also zu sagen, das was man bei Macs kriegt. Was eigentlich so gut wie kaum einer ist. Zumindest die von Dingensens. Hä? Was ist das? Aber jeder irgendwie immer so. Ne, aus was ist das gemacht? Aus was ist das, was du gerade eben geschrieben hast, gemacht? Ach so. Nein! Easy. Guck mal, Tronya. Hä, aber was ist der braune Klops? Der ist so eine Kartoffe. Der ist so eine Kartoffe. Ach so. Okay. Was? Was? 500 Punkte hab ich dich abgezogen, Klops. Und, ne, oh, tschi sowieso. Sehr gut. Das war's für diese Folge, wenn es euch gefallen hat. Klasse. Oh, oh, genau. Ich, äh, verlos, äh, Gings-Keys für das Spiel. Also, wenn ihr ein Key haben wollt, dann lasst Like da und schreibt einen Kommentar, dass ihr ein Key haben wollt. Und dann kriegt ihr vielleicht einen. Ich sag's im nächsten Video Bescheid. Ja, genau. Wenn ihr gewinnen wollt, dann müsst ihr einfach Hashtag nicht in der Nase bohren. Und dann kriegt ihr so ein Key von mir, die, ja, genau. Also, vielleicht. Aber noch einmal schreiben, nicht mehrmals. Nicht alle, zehn Leute kriegen einen. Also, ja. Ja. Gut. Macht's gut. Ciao.